Hi, ich bin's wieder, eure Lumberjack Baby. Ja, ich warte jetzt auch noch auf die Verstärkung, die jetzt gleich noch kommt, weil alleine bekomme ich das Ding tatsächlich nicht an. Das kann auch tatsächlich sein, dass ich zu wenig Schwung gegeben habe, letztendlich, dass der Funke irgendwie nicht richtig zustande kam. Lassen wir uns mal überraschen. Boah, dann tanken wir mal das Ding hier ab. Oh, das muss ich ja, ja. Oh, hoffentlich gibt der Bursche nachher nichts von sich. Ich glaube, da kommen schon die Kollegen. Meine zwei Helfer sind angekommen. Dankeschön. Dankeschön. Ja, dann. Ready for take off. Ja, er ist der Schieber und macht das andere. Soundcheck. Yeah. Oh, 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 er läuft, er läuft. Das hört sich gut an. Fuck! Das ist der beste Zauncheck, den ich je hatte. Ich bin so froh, dass der Motor läuft. Der bleibt auf jeden Fall drin. Jetzt geht es an die technischen Sachen. Die Feuerbremse muss gemacht werden. Die Reifen müssen gewechselt werden. Einige Plastikzeile werde ich entfernt. Ich bin froh, dass ich die zwei Jungs hatte, die das für mich in Gange gebracht haben. Jetzt bin ich mir sicher, dass der Motor läuft. Das sage ich später. Ciao!